Hallo! Wir sind hier in New York City, der Heimatstadt unserer Hauptdarstellerin Christiane Seidel. Einmal schwenken. Da ist das Empire State Building. Wir sind wirklich hier. Ich kann leider nicht in Deutschland sein zum Kinostart, aber Marc ist dafür hierher gekommen, damit wir dieses wunderschöne Videodrink fanden und euch allen ganz viel Spaß wünschen können. Viel Spaß beim Filmen! Viel Spaß!